Musik 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 So, mein WDH Was eierst du da hinten rum? Du willst zum Logbuch Hallo mein schöner Kerl Oh, hallo Komm, bist du öfter her? Ja, immer zum trainieren Ich bin der Mann an der Handelbank hier So, herzlich willkommen zurück bei Ich wollte schon wieder Ich wollte schon wieder Brothers sagen Nein, diesmal nicht, aber ohne Kamera Ja, verflucht, was war da denn los? Ja, das wüsste ich auch gerne Mein PC erkennt die Kamera nicht mehr Wir haben es aber auch nicht hingekriegt Wir sind bescheuert Doof, wir wollten Pfeile werfen Nee, wir wollten zocken Ja, aber nee, zocken haben wir schon Gezockt haben wir schon, wir wollten noch Pfeile werfen So So, was waren nochmal die meisten Punkte Da unter, über Bullseye Triple 20, alter Was krieg ich hin? Ah, da Almost, almost Almost Oh Was hast du gesagt? Triple 20? Ja, ja Ja, triple 20 Gut, macht das mal besser Also insgesamt meinst du Ja, guck das, 60 Punkte Ja, das Beste, was du erreichen kannst Da bin ich beim normalen Dart werfen auch Oh man, ist das weit weg Oh Also, von meinem Platz aus Ach ja, natürlich Warte, stell den Bildschirm näher ran Marco sitzt am anderen Ende des Raumes Mit seinem Controller Jawoll, triple 20 Was? Was? Ja Ach, das ist noch ein anderer Punkt Ach man kann mehr als 60 Jahre Ich hab nur auf die schwarze Fläche gezählt Gezielt Gezielt Ja ja, also mit einem Dart Nee, nee Also ich meine, ich dachte Du hast ja schon mehr Weil du auf diese Zwischenebene da zielst Das sind doch die Multiplikator Ach, oh Ja, erkenne ich mich damit aus, Mensch Ich dachte Ich dachte hier unten Das, das, das schwarze da Das wäre auch einfach wichtig So nach dem Motto Es ist viel zu groß die Fläche Ach komm Voll einfach zu treffen Easy peasy Wat will die? Was ist das? Was ist hier? Lange bei Toro Aha, na Benzin zu... Ach so, ach cool Ich kann raus Ja, ich mach mich erstmal sauber hier Ich hab... Schmodder Mach dein Ding allein Ich hab den Heli Äh, Chopper, man Äh, Chopper? Ach so, muss ich dem das, das Benzin klauen? Kann das sein? Vielleicht? Nee, also wir tanken hier ja schon auf Was? Okay Was macht der Knopf? Ja Ähm 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 Was ist denn? Okay, okay Okay, okay Was ist das? Was ist das? Oh Mist Ich bin irgendwo rausgegangen Ich bin irgendwo rausgegangen Hörn Ach, da geht noch ein bisschen was Hier ist doch bestimmt noch irgendwas Schönes Ich kann doch nicht von uns erwarten, dass wir jetzt schon einsteigen So eilig haben wir es auch nicht Ähm, wo bist du durch? Äh, da hinten war eine Tür Aber ist auch egal, ich hab hier eh alles Ach, da Wer weiß, vielleicht kann ich ja auch Helikopter fliegen Nee, du bist Helikoptermann eins Ich bin Helikoptermann zwei Ha, du willst das auch? Können wir, warte, 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 können wir das zusammen? Bist du es alleine lassen? Leute, komm mal, aufhören! Ich kann das Auto nicht unpluggen, wenn du nicht unpluggen die Führerlinie unpluggen. Hey Leute, komm mal, öffnen die Führerlinie, lasst uns gehen. Öffnen die Führerlinie, bitte. Na klar. Musst du mithelfen, können wir jetzt zu zweit? Ja, na geil. Ja, cool. Zack. Ja, dann. Auf zur Schießerei. Wir haben die Waffen ja schon eingeladen, ne? Ja. Müssen wir die komplett ausmachen? Ja, wahrscheinlich. Leo, hurry up, come on. Ja. Ach so, jetzt sind wir in der Szene, die wir am Anfang immer haben. Er ist wahrscheinlich passend zum Ende, kackt unsere Kamera weg. Ja, geil. Da hab ich Bock drauf. You nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? Well, that's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. Okay. I'll write her a letter. I'll write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her to write her a letter, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance, you know? I'm just saying that writing a letter really helped, you know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, look. I'm just saying it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, yeah, yeah. I mean, it was just an idea. It's just... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Yeah. Okay, remember, spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. And don't forget to pull this shoot in time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm going to regret this. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja springen. Hatten wir nicht nur eine andere Option? Alright. 1, 2, Komm her! Komm her! Ah! Oh, shit! Warte, ich kann das tun. Ich bin okay. Ich bin okay. Äh, äh, zum Landepunkt springen. Ich fall mal ein bisschen zurück. Wo bist du denn? Wieso nicht? Bin ich schon unter dir? Nee. Nee. Ich fall mal ein bisschen... Ich lass... Oh. 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 Oh Gott. Oh. Wie sollst du eigentlich tun, dann? Das ist es? Du hast deinen Arm gebrochen? Was bedeutet das, das ist es? Ich war acht Jahre alt! Hast du schreit? Okay, ich habe genug gemacht. Ich lasse ihn gehen, wenn du immer diese stupide Fragen hast. Sei mein Guest. Habe einfach in minde, dass du viel mehr als ein Arm gebrochen kannst. Ich liebe dich, Mann! Nein, du nicht. Hast du mich? Ja, ich habe dich, Leo. Nimm mich nicht! Halt mich an, okay? Ich meine es, nicht mich nicht! Ich will nicht. Das war die letzte Mal, dass ich deine Gedanken hörte. Geh es einfach. Du bist noch immer wieder, oder? Ich habe nur gesagt, ich habe fast sterben. Nein, du hast nicht. Lass uns gehen. Oh, Scheiße. Ach ja stimmt, ich habe immer eine MP5 dabei. MP5 ich drauf? Du denkst, Harvey ist noch die Diamond? Ich habe ja. Was macht dich so sicher? Harvey ist ein Diamond? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Harvey ist noch ein Diamond. Ja. Ja. Harvey ist noch ein Diamond. Ja. Harvey ist noch ein Diamond. Nein, tust du nicht. Nein, tust du nicht. Hey, hey. Geh in den Kopf. Da, du siehst. Du siehst, zwei davon. Ja. Wollen wir jetzt ballern, oder? Können wir die auch... Opa. Können wir die auch erschleichen? Wie viele sind denn da? Ah, dahinten ist auch noch einer. Hä? So sehen die mich nicht. Wieso kann ich nicht? Achso. Falsche Taste. Was ist das für eine Markierung da unten an der Seite? Äh. Haben wir jetzt einen Lebensbalken? Kann sein. Ihhh. Ah, okay. Man kann auch rollen. Was sind das eigentlich für schön geformte Steine hier? Hm. So vorteilhaft. Geformt. Hm. Schön geformte Steine. Oh, was ist denn mit dem da hinten los? Warum sieht der uns? Stimmt. Oder hört der uns? Oder riecht der uns? Das alles drei. Den nicht. Den nicht. Das ist erstmal die anderen beiden, oder? Ich weiß nicht. Oder den alleine hier. Ach, okay. Der geht wieder andersrum. Gut. Du holst den rechts, ich hol den links. Wie war nochmal ein Nahkampf? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Es wird hoffentlich gleich angezeigt. Ja, natürlich. Bestimmt. Dann. GoFold. Ups. Ich hab's aber auch vergessen. Wir haben beide... Hat der andere uns gesehen? Wieso nicht? Ja, die haben uns gesehen. Ja, die haben uns gesehen. Ey, was? Wie konnte das passieren? Wieso steigte da rauf? Warten. Wie konnte das passieren? Ich hab dir den Kopf getroffen. Komm mal auf. Ich steck. Ich glaub du hast einen eindeutigen Vorteil mit Maus und Tastatur. Oh Gott. Ich hab's gesehen. Ich glaub das ist alles. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh, wir werfen Ravioli. Ach, wir sind schon bei Harvey. Das sind doch nur Paintball-Waffen. Ja, natürlich. Halleluja. Die Leute auch ihre Zäune immer nur mit irgendwelchen Alu-Blechen reparieren. Was? Aua. Der Dragunov. Für dich ist der Sniper der Dragunov, oder? Nein, jeder Sniper mit diesem großen Keil-Ding vorne dran. Okay. What? Wie nennt sich das? Ist das auch Schalldämpfer? Nee, es ist ein Kompensator da vorne. Ah, ein Kompensator. Also diese Mündungsbremse. Genau. Wie hast du mich genannt? Ja, ja. Du hast mich schon verstanden. Wo ist der denn? Oh Gott. Ah, ich glaube, wir müssen noch näher ran. Die Rückdeckung. Oh, doch nicht. So von dir aus könnte es vielleicht schon klappen. Oh. Au. Nee, nee, nee. Kann ich nicht. Den sehen wir einfach nicht. Ich glaube, das ist... Oh, simultan. Bang. Ich glaube, an den müssen wir einfach ran. Müssen wir unseren Schaft über den Kopf ziehen. Come on, get in here. Also, ich meine, ich bin der Schaft. Nein. Dass wir das schaffen. Er kann aber auch scheiße ziehen. Der Kerr. So. Tür? Leiter. Du gehst über die Leiter. Ich gehe durch die Tür. Okay. Leiter Tür. Hallo? Oh, okay. Alles klar. Aber ich bleib mal hier. Ja, ich glaube, der hat mich noch nicht gesehen hier oben. Denke nochmal ab. Ja, hier ist er. Oh. Oh. Okay, alles klar. Bisschen zu viele Ablenkungen. Ja. Im dritten Mal hat er dann doch gewusst, dass ich da bin. No, 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 no. Ich habe aber die ganze Zeit gedacht, oh Mensch, das könnte ich jetzt so lange machen, bis du da bist. Also, weil ich die Leiter... Oh, aua. Wow. So, weil ich die Leiter oben bin, ist aber eigentlich alles gut. Wir können da überlegen. Leo, komm mal, get in here. Ist das zwei Sniper? Ne, der ist ziemlich schnell. Ich kann das dem nachladen, wie eine Repetit gewählt. Das ist eine Maschine-Gun-Sniper. Alter, guck dir das mal an, wie schnell der stieß. Ja. Wie hat der ein Magazin? Ja, der hat so ein Trommel-Magazin. Ja, genau. Liegt da über den ganzen Platz rüber. Gut, dann warte ich mal hier. Zieh den mal. Soll ich nochmal gucken? Ja, einmal ganz kurz. Kannst du vielleicht mal gucken? Hallo? Oh. Kannst du jetzt ausschalten? Sehr gut. Aha. Bam. Ins Gesicht. Damit hat er nicht gerechnet. Boah. Nimm die Sniper mit. Ah, jetzt komm ich. Oh. Ach, was? Geil. Aber, ja, scheiße. Mit Controller ist doch blöd. Irgendwie schon. Aber wobei, vielleicht bist du mit Controller besser im Sniper als unten. Unten. Ach Gott. Siehst du? Geht da. Äh, kann man anvisieren? Ja, kann man. Okay. Oh. Oh, die. Gut. Mein Juni ins Gesicht. Äh, nee, Ketchup ins Gesicht. Oh, da kommen ja noch mehr. Oh Gott. Hinten im Haus ist er, ne? Wenn ich hier den Wecker habe. Nice. Den sehe ich nicht. Der ist unter, kommt den, ne? Aber ganz ehrlich, über die Schulter schießen ist auch nicht so geil. Mit Controller, äh, mit Maus. Ja. Oh, kann man da sein? Nein, nein! Hätte mich nicht gekriegt, der Sniper. Oh, Gott. Oh, oh, oh. Alter, wie du die wegfeuert. Kannst du durchschießen? Ich finde nur Wellblech, das eigentlich. Eigentlich ja, aber. Das ist Panzer, Panzerwähle. Ja, geht nicht. Oh, oh, Alter. Aber wie die fliegen. Wie die fliegen. Er hat schon die Power-Yay. Oben steht einer. Oben steht einer. Oben steht einer oben links. Ups. Gut, dass du nicht weißt, wie du bist. Ja. Ist ja auch nicht laut, die Snipers. Nee, kann man nicht, äh, schätzen. Die Richtung kannst du ganz schwer einschätzen. Oh Gott. Oh Gott. Ups. Verdammt. Ah. Oben. Nice. Fing hier durch? Aber das ist mein Magazin. Ach, das ist mein Magazin. Diese kleine Ecke ist unser Magazin. Ah. Gut, dass ich keine kleine Ecke habe. Das ist halt eine geile Schafflüge. Ich nenne hier. Alter, da kommen echt viele gerade. Okay. Alter, da sieht man nicht. Boah, da oben. Der tut weh. Oh. Jetzt schieß ich alles daneben. Los, komm raus. Oh, dieser. Verdammte Controller. Hast du den oben weg? Ja, einer ist weg. Der zweite ist aber auch noch oben. Boah, das macht der im Film. Nice. Hast du da noch irgendwas? Nee. Ah, du kannst mit mir mit. Ich habe sie leer geschossen. So geil. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Voll geil, Mann. Nimm die mit. Die kannst du als Schlagknübel benutzen. Äh. Achso, ich kann hier wieder runter. Was ist das eigentlich für Rosinen hier? Rosinen? Ja, so eine alte Rosine. Eine Militärrosine. Was? Wie hast du mich genannt? Militärrosine? Ach, hat sich das Andrücken mal wieder gelohnt. Oh ja. Ich kriege Zügel im Gefängnis. Oh ja. Langsam machen sie sich bezahlt. Oh ja. Hätte wir die nicht gemacht, hätte der ganze Ausbruch ganz anders ausgegeben. Oh ja. Dann wären wir gar nicht den Schacht hochgekommen. Was hast du, hm? Schade, ich bin nicht auf der anderen Seite. Wow. Ich wusste nicht, Mexiko so schön war. Mexiko. Merco. Oh, können wir da schon Leute erschießen? Wie können wir schieben? Ja, ist ja gut. Ich bin ja da. Komm her, du Schieber. Hey, hey, Schieber, Junge. Oh, ich habe keine Schieber-Mütze. Warte, 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 warte. Die Garten. Was war das jetzt nochmal, um die Leute leise zu erschlagen? Äh, ich glaube, der Schussbutton auch. Achso, ja, ist ja sehr clever. Ja. Oh, wieso steht er auf? Ich hab doch geduckt. Äh, versuchen wir erstmal hier bei mir mitzukommen, oder? Oh Gott. Stark ihn. Oh Gott. Oh, okay. Sehr gut. Der liegt sehr, äh, offen. Ja. Scheiße, da kommt der andere. Ach, das interessiert ihn nicht. Oh, oh. Oh, ich wurde korrigiert. Wir sind ballern. Ballern? Ballern. Ballern. Ballern ist gut. Aua. Ballern kann ich. Ich hab nur grad überhaupt keinen Punkt, wo ich gut sitzen kann. Los hier. Hinter einer Palette verstecken. Ha. Das ist sehr, sehr doof. Aua. Ha. Sich hinter Paletten zu verstecken. Sehr, sehr doof. Sich hinter seinem toten Körper zu verstecken. Das ist clever. Was ist das denn? Wird eine Leiche Schüsse abfangen? Hm. Von so einer MP5 vielleicht? Ja. Aber nicht von deinem Gewehr. Mit Sicherheit nicht. Nee, das ist wahrscheinlich ziemlich gut. Das wär wieder was für die Mistbusters. Was macht der da hinten im Geländer? Ach, das haben die bestimmt schon mal gemacht, oder? Das ist gruselig. Oh Gott. Siehst du das auch von deiner Seite aus? Ja. Geh da mal ran, das will ich sehen. Den hast du voll ins Geländer geballert. Oh, da kommt noch ein. Macht nix, geh wieder sehen. Du, der muss da ran. Oh, der Schlotter August. Guck ihn dir an. Oh, scheiße. Trefft nix. Äh, wo ist denn hier noch was? Ist der da noch? Ich glaube, der ist der da noch. Der für eine Granate. Granate! Ach, wir haben gar keine. Oh, der wollte mich gerade noch sehen. Hast du das gesehen? Der wollte dich gerade noch sehen. Jaja, der hatte gerade noch so eine Anzeige bekommen. Oh, ich seh da einen. So. Hat uns doch gar nicht bemerkt. Wir können hier Dart spielen. Oh, geil. Ich sag. Dach doch wohl hier. Äh, oben steht einer. Ich frag mich, ob wir noch durchschleichen könnten. Äh, bestimmt. Ist nicht nur schlecht. Die halten aber auch ziemlich viel aus, die Leute müssen bleiben. Guck mal, so ein Magazin auf dem Kopf, das dauert, bis der Tod ist. Ja. Marco? Mmhm. Dart, oh, hier. Gott, Dart. Weiß nicht, hast du einmal Payday gespielt und dann hast du es drin? Weiß ich nicht. Dieses, dieses Markieren. Oh, ja. Das machst du ja auch alle fünf Sekunden. Das ist ja das Problem. Damit die Wache auch immer schön markiert bleibt. Ja. Ja. Oh, ach so. Ach. Wir müssen das jetzt schieben. Was? Also wir müssen das jetzt schieben? Oh, das war der Plan. Ach so. Einfach den ganz normalen Weg. Ja, natürlich. Das ist ja wie wir Brothers. Brute Kraft. Always ein Gewinner. Unsere Meinung, nein. Eigentlich sind wir Schleicher. Und ich habe einen Feuerstoß. Also noch ein bisschen verzeihender. Ach so. Warte, Vorsicht. Pong. Ja. determining, soll ich wissen. Untertitelung des ZDF, 2020